wie man so einen tannenbaum macht zeige ich euch heute diesen einfachen grünen habe ich bereits im kanal ich werde nun aber noch einen geschmückten mit roten kugeln arbeiten hier werde ich wieder die jeweilige reihenzahl anzeigen damit wenn ihr im video mal vor oder zurück spult damit ihr euch gut zurecht findet man benötigt also braune und grüne und rote kugeln sowie einen abschlusshaken und zwei häkelnadeln wir beginnen mit der ersten reihe und legen einen einzelnen gummiring dreimal um die nadel danach nehme ich zwei gummiringe und siehe diese durch dann nehme ich noch mal einen einzelnen gummiring und lege diesen dreimal um die nadel wieder zwei gummiringe und siehe diese durch noch einmal einen einzelnen braunen gummiring dreimal um die nadel legen und zwei gummiringe durchziehen nun ist die erste reihe beendet wir wenden für die zweite reihe und nehmen nun die zweite häkelnadeln dazu ich nehme nun die ersten zwei schlingen auf die rechte nadel die folgenden zwei übergehe ich und steche dann in die fünfte und sechste schlinge ein nun hole ich diese vier schlingen von der häkelnadel und achte darauf dass diese dritte und vierte auf der linken nadel bleibt dann nehme ich wieder zwei braune gummiringe und siehe sie durch diese vier schlingen auf der rechten nadel dann nehme ich wieder die folgenden zwei schlingen auf die nadel übergehe wieder zwei und steche in die nächsten zwei ein und hole diese vier schlingen von der nadel und achte darauf dass ich eben wieder diese zwei übergangenen schlingen auf der linken nadel behalte dann nehme ich wieder zwei gummiringe und siehe sie durch diese vier schlingen auf der nadel nun habe ich links noch vier die nehme ich auf einmal auf die rechte nadel und siehe noch einmal zwei braune gummiringe durch nun ist der stamm von meinem tannenbaum beendet und die zweite reihe auch ich beginne nun mit der dritten reihe ich habe also die nadel gewendet lege sie aber zunächst beiseite und arbeite auf die leere nadel zunächst einen einzelnen grünen gummiring den ich dreimal aufwickel dann nehme ich zwei und siehe sie durch wir nehmen im ganzen video jeweils zwei gummiringe die wir durchziehen einen einzelnen lege ich wieder auf die nadel und zwei ziehe ich wieder durch so nun nehme ich meinen stamm und hole die ersten vier steche ein und ziehe zwei grüne gummiringe durch so mache ich das noch zweimal also jeweils durch vier schlingen einstechen und zwei gummiringe durchziehen so für die linke seite des tannenbaumes lege ich wieder eine einen einzelnen gummiring dreimal um die nadel und ziehe wieder zwei grüne durch noch einmal einen einzelnen gummiring und diesen und durch diese drei schlingen zwei gummiringe durchziehen nun ist meine dritte reihe beendet und ich wende wieder nun steche ich in die ersten sechs schlingen 1 2 4 6 und siehe wieder zwei gummiringe durch dann steche ich in die folgenden vier ein und nun kommt meine erste kugel hier nehme ich vier rote gummiringe und ziehe diese durch dann nehme ich wieder zweimal vier schlingen und ziehe zwei grüne durch dann nehme ich wieder vier rote gummiringe und ziehe sie durch dann nehme ich wieder vier rote gummiringe und ziehe sie durch sechs schlingen die stehe ich auf einmal durch wir haben ja auch hier mit sechs schlingen begonnen also enden wir auch mit sechs und ziehen zwei gummiringe durch nun ist die vierte reihe beendet und wir wenden in der fünften reihe beginne ich nun mit vier grünen schlingen die ich auf die nadel nehme und zwei grüne ringe durch ziehe dann nehme ich alle acht roten schlingen auf die nadel und ziehe wieder zwei grüne gummiringe durch dann nehme ich zweimal vier grüne nun kommt wieder ein schmuck also eine christbaumkugel soll das darstellen und wieder zwei grüne durchziehen und auch am ende wieder vier schlingen durch die zwei grüne gummiringe gezogen werden nun ist die fünfte reihe beendet ich wende wieder und beginne nun wieder mit sechs schlingen durch die ich zwei gummiringe durchziehe dann wieder vier und nun folgt wieder eine christbaumkugel also durch vier schlingen einstechen und vier rote gummiringe durchziehen danach wieder durch vier schlingen einstechen und grüne durchziehen und durch die letzten sechs schlingen ebenfalls zwei schlingen durchziehen nun wenden wir nun wenden wir und kommen zur siebten runde hier nehmen wir wieder vier schlingen auf die nadel und ziehen zwei gummiringe durch nochmals vier also in der siebten steht es nur vier bis wir zu den kugeln kommen das sind es acht schlingen und dann wieder zwei mal nur vier schlingen und kommen wir zur achten runde hier nehmen wir sechs schlingen auf die nadel und ziehen zwei schlingen durch dann vier schlingen und zwei durchziehen und noch einmal vier schlingen und wir enden mit sechs schlingen so nun ist die achte runde ebenso beendet wir sind jetzt hier bei der nächsten zacken deshalb beginnen wir zunächst bei der neunten runde mit einem einzelnen grünen gummiringen und ziehen zwei gummis durch dann nehmen wir wieder den baum und ziehen nehmen vier schlingen durch die wir jeweils zwei gummiringe durchziehen und am ende der neunten runde nehmen wir wieder einen einzelnen grünen gummiringen und am ende der neunten runde nehmen wir wieder einen einzelnen grünen gummiringen und ziehen zwei grünen durch und ziehen zwei grüne durch und ziehen zwei grüne durch nun wenden wir nun wenden wir in der zehnten reihe beginnen wir mit sechs schlingen durch die wir eben wie immer zwei gummiringe ziehen dann wieder durch die folgenden vier durch die folgenden vier und durch die folgenden vier ebenfalls und dann wieder vier und wir enden mit sechs so wie wir begonnen haben enden wir auch und wenn wir mit sechs schlingen begonnen haben und geendet haben werden wir nach dem wenden immer mit vier schlingen beginnen also die elfte reihe beginnt mit vier schlingen durch die wir wie immer zwei grüne gummiringe durchziehen nun arbeiten wir wieder eine christbaumkugel also beim zweiten arbeitsschritt der elften reihe legen wir wieder vier rote gummiringe ein und ziehen diese durch dann wieder vier schlingen durch die grüne gezogen werden und vier schlingen durch die vier rote gummiringe gezogen werden und wir enden wie wir begonnen haben mit zwei schlingen durch die grüne gezogen werden nun ist auch die elfte runde beendet wir wenden in der zwölften runde beginnen wir nun mit sechs schlingen dann mit vier und zwei schlingen dann mit zwei und vier schlingen und mit vier und zweimal zwei schlingen nun wenden wir und kommen zur dreizehnten hier beginnen wir mit zwei und arbeiten auch die ganze dreizehnte runde jeweils nur zwei schlingen also zweimal zwei schlingen und ziehen zwei gummiringe durch dann wenden wir die vierzehnte runde beginnen wir wieder mit drei dann zwei und dann wieder drei dann wenden dann sind wir mit der zweiten sacke fertig nun kommen die dritte auch die beginnen wir wieder mit einem einzelnen gummiringe durch die wir zwei ringe durchziehen dann nehmen wir vom baum zwei schlingen und ziehen zwei grüne durch und die folgenden zwei schlingen durch die wir eine kugel arbeiten also vier rote und wieder zwei und auch am ende der fünfzehnten runde legen reihe legen wir zunächst einen einzelnen gummiring dreimal auf die häkelnadel und ziehen zwei durch dann wenden wir zur sechzehnten hier nehmen wir zunächst sechs schlingen dann zwei grüne und vier rote dann vier rote und zwei grüne und am ende die letzten sechs grünen nun kommen wir zur siebzehnten eben haben wir mit sechs geendet also beginnen wir mit vier schlingen und das ganze vier mal und nun kommen wir zur achtzehnten runde reihe die beginnt wieder mit sechs und endet auch wieder mit sechs schlingen und endet auch wieder mit sechs schlingen die beginnt mit vier und nun kommt die letzte kugel also durch die folgenden vier ziehen wir auch wieder vier gummiringe und wir enden mit zwei also vier schlingen durch die zwei gummiringe gezogen werden die zwanzigste runde das sind es zwei mal sechs schlicht also zwei mal vier grüne und einmal vier rote und noch einmal vier rote und zwei mal zwei grüne dann wenden dann wenden in der einundzwanzigste runde sind es zwei mal vier schlingen einmal zweimal und in der letzten 22. Runde nehmen wir alle 8 Schlingen die hier auf der Nadel sind nehmen zum letzten Mal 2 grüne ziehen dann diese 2 unter den rechten 2 durch und bringen dann hier den Abschlusshaken an und danach ist der geschmückte Tannenbaum fertig ich wünsche euch viel Spaß damit und dann sage ich euch mal